Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Heute mal so ein kleiner Tipp von mir, wie man in Black Ops 4 viel schneller leveln kann, vielleicht fürs nächste Wochenende oder dann für die Vollversion, Leute. Und zwar seht ihr gleich eine richtig geile Runde, die fand ich von Unterhaltsamkeit einfach übelst nice, alle sind am Ausrasten, alle hatten Spaß, richtig geile Party gewesen auf jeden Fall. Und zwar seht ihr gleich, ich nehme diesen Crash-Spezialisten und die Runde ist perfekt, um zu zeigen, dass du damit mehr Punkte machst, obwohl deine Teammates mehr Kills machen. Du legst das Sturmpaket hin, du bekommst dafür 50 Punkte, wenn es jemand aufhebt. Und wenn du damit noch Kills machst, bekommst du noch extra, du selber bekommst davon was. Und wenn du alle heilst, bekommst du auch nochmal Fettpunkte, du kriegst so viele Punkte mit diesem Specialisten. Viel Spaß bei der Runde, die Map habe ich auch noch nicht gezeigt, deswegen eignet sich das sehr, sehr gut. Viel Spaß mit dem Gameplay, let's go. Und lasst ein Like dann, abonniert mich, falls du es noch nicht getan hast. Ich denke schon, Katja, heute Abend bleibt Fortnite. Verlag, sie denkt sich jetzt so, Marcel ist so ein Bastard. Näh, Marcel will die Punkte holen. Weil ich Crash gepickt habe. Ach nein, ich bin noch nicht drin. Ja. Noch ein bisschen, zwei Minuten oder so bin ich drin. Marcel, weißt du, warum das egal ist? Weil ich bin zwar auch erst jetzt später drin in der Lobby, krieg mein Spätzchen nicht, aber ich werde trotzdem die Nuke machen. Ja, das kann es schon sein. Oh, shit. Also wer Crash spielt, der muss jetzt eigentlich schon eine Nuke droppen, Marcel. Ich möchte ja keinen U-Machen, aber mit dem Spezialisten ist eine Nuke halt easy, oder Felix? Das ist schon einfach. Also das ist mein Geheimtipp eigentlich auch. Der macht nämlich mehr Schaden, der Spezialist. Ja, natürlich. Die Tauben sind einfach nicht losgeflogen, wir sind einfach rübergerannt. Ich schwöre, was war das für ein Bug? Digga, das war's komplett. Oh, geil, drei Gegner. Nice. Nice. Ja, nein, das ist Israel. Ja, moin. Let's go for those Scream, Jungs. Oh, ich bleib direkt. Vespa, ich war eine Sekunde tot, Digga. Ich konnte nicht mal nach hinten schauen. Und zwei joinen jetzt, das ist los. Oh, die Lobby sieht echt lecker aus. Sind hier wirklich Level 1 die beiden? Nein, oder? Das ist ein Bug. Ja, aber der eine spielt Vespa. Der eine spielt Vespa, wird das schon gekaulert? Ja. Wo sind die, Digga? Die spawnen so voll weird. Ja, von hinten. Viktor, Digga. Auch Viktor. Ha, er ist besser, Digga. Vollexemple. Ich hab ihm so einen Tarn gegeben, Digga. Viktor hat so einen Tarn kassiert. Nein, bitte nicht. Ey, Viktor, hast du jetzt gut gewartet, Mann. Ich gönn dir, Digga. Ja, aber der war eine Swordfish. Ach, Digga, diese Viki-Torn, ey. Verloren. Oh, ey, Digga. Immer noch viel gespawnt. Immer richtig wild, Digga. Muss los, Alter. Mit seinem Ding durch die ganze Stellung gezogen. Digga, Stellung ist so weird, das spawns, ne. Wie er auf mich geht. Krass. Ich bin extra weggesladet, damit du ihn baiten kannst. Ich muss, dass du hier nochmal spawnst. So ekliges Schwein, wenn du mich jetzt holst. Ich höre auf den COD. Ich höre, das war der andere, Digga. Ja. Ja. Digga, hä? Ja. Warum bin ich jetzt hier das Opfer in der Gruppe auf einmal? Ja, Luca. Ja, das ist gut. Ja, Spaß. Nein, Abschuss. Da hat Luca alles zerstört. Ich glaube, wie in der Ecke saß, ne. Ja, richtig frech, Digga. Digga, wie lange braucht man, um diese Munitionsdinger aufzuheben, Mann. Das ist uns übel nervig, dass man nicht einfach drüber laufen kann. Digga, der Typ laggt so heftig. Was ist denn das hier? Jetzt ist nochmal Schluss hier. So, ähm, mehr Leben für alle, weil ich der beste Specialist bin. Ehrenmann. Drohne, Conta sind auch da. Die nichts bringen. Aber Vicky ist das sowieso besser, auch wenn ich mehr Leben habe. In Position. Drohne eingesetzt. Ich spawne weiter hier, beste Leben. Mann, könnt ihr mal reinkommen. Ach, Jonas. Weil die Gegner sind so schlecht, Digga. Na, ist echt ne geile. Ah, der wick geht aus raus, nice. Oh, Leute, das wird meine Nuklear, das wird sie einfach. Ne, vier Gegner, Digga. Ah, ich komme und sie sind schon alle tot. Wo ist nächster Hill hier? Was hast du schon spawnen, Digga? Ich glaube, Weinkeller ist nächster Hill. Blut drin, sich ist schon am Start hier. Ach, da hinten ist noch 42 Sekunden der Hill, lol, never mind. Ey, Mann, er schluckt so, Luca. Das wäre so nice geworden. Erholt mich, Phalaxi! Das ist nicht mehr normal, Digga. Er kommt da hinten irgendwo um die Ecke und schießt auf mich. Israel, bomb mich weg! Was hatte ich jetzt damit zu tun? Digga, weil du ihn nicht genug geprefired hast. Ja, jetzt werde ich nochmal gesnipet. Oh, mein Gott. Nein, ich bin hier. Jonas, Jonas, das ist so gefickt, ne? Digga, ich habe so rein rasiert. Ich muss noch Specialist, Mann. Oh. Ich choke jetzt komplett rein. Ich muss erstmal auf TOD umgewinnen, Alter. Gestern nur Fortnite gespielt, fast. Alter, wo er weiter ist, lol, Israel. Habst du die Ehre genommen mit seiner Ska? Die Ska ist so krank, ne? So ein paar Dreischuss. Ich glaube, du hast noch schafft auf der Ska, Digga. Das ist so krank. Naja, das stimmt. Ich glaube, dass es im Main-Game kommt, dass man auf jeder Ehrenschaft hat. Das ist irgendwie scheiße, oder? Und vielleicht will Ska Schalldämpfer spielen, einfach, weil es geil ist. Oh, ja, Digga. So kamen 1 in 1 früher mit dem Schalldämpfer. Und dann am Multiteam hier. Oh, moin. Let's go. Besser als ich, Mann. No, Marcel. Mhm. Du hast bestimmt auch schon mal, dass deine Videos bei Monetarisierung, dieses Gelbe, die es da haben. Ja, ja. Weil ich popp' mich weg. Ich weiß schon, ob man erkennen kann, warum oder welche Stelle, oder? Ne, ne, das ist immer dann einfach so, Digga. Das senkt sich YouTube einfach aus. Man muss dann einfach, du musst einfach glauben dann. Das fuckt richtig ab, Digga. Also machst du auch keine manuelle Überflückung beim Tragen? Doch, das mach ich trotzdem. Einfach draufklicken, dauert ja nur eine Sekunde. Achso. Das ist komisch, Digga. Einfach nur mal das Fortnite-Video. Das war's komplett. Ja, Digga. So was gibt's manchmal. Das ist manchmal komplett random. Hast du keine Musik in der Stelle oder so? Nein, Mann. Das war aber jetzt so ein bisschen, aber keine Musik liegt gerade. Ich hab escorted, fertig gelevelt, glaube ich. Oben im Fenster. Ist auch Kontotrunde, nice. There's one hit, Jonas. Hinter dir, hinter dir. Ab dich. Nice, Mann. War gerade ready für den Turn-On, Mann. Ich hab's gesehen. So, die Alliance sind rumgedreht. Das ist mein bestes Feeling, Mann. Ich find's krass, dass du auf dieser Map, dass du halt von der einen Seite gar nicht in die Mitte kannst. Von diesem Weinkeller. Muss hier so voll komisch laufen. Muss ich mal vorher überlegen, wie man läuft. Nein, nicht diese Nades wieder, Digga. Israel bomben mich die ganze Zeit weg, Mann. Ey, das ist doch nicht doch mal Israel. Junge, was sollen die Scheiße, Mann. Mir reicht's hier gleich. Ich heule gleich. Jetzt spawnen die hinter uns. Wenn ihr sie alle holt, kann mich jetzt hier schon mal platzieren, Alter. Das ist so krass. Du kannst in dem Spiel nicht campen. Du wirst immer geholt, wenn du campst. Einfach mal ganz gediegen in die Ecke setzen. Head glitch, nein. Alles nicht möglich. Jetzt kommt er eh. War klar, er kommt wirklich wieder. Ah! Nein, mir reicht's jetzt. Israel ist einfach besser als ich. Das ist keine Ahnung. Kann ausmachen. Ja, nochmal schön in deinen Arschloch reingeschossen, ne? Hast dich erschrocken. Schön umgedreht erstmal. Hier, ciao. Komm her. Spawnen immer noch hier. Ich schwörs euch. Ich kann jetzt hier ganz entspannt langlaufen. Nicht spawnen hier. Ich kann da, wo ich mein Splittstack einsetzen soll. Ich seh' nix. Nein, wie der Israel bombt mich wieder. Deckt sich auf Streak. Er hat mich, Digga, er hat mich, Digga, er hat mich, Digga, er hat special excuse, hat immer mich geholt, ne? Jedes Mal. Oh mein Gott, Monka, er ist Israel. Das war der schlimmste Gunfight, den ich jemals in irgendeinem COD hatte, gerade. Mit der letzten Kugel hab ich ihn bekommen. Digga, Israel ist schon wieder. Ja, er ist der Beste, Digga. Kick mich bitte und ladet ihn ein. Wieso spawnen die jetzt nicht hier? Ich versteh' das nicht. Digga, weißt du, vor allem jeder Gunfight ist easy und deswegen geht man so richtig Comfit in den Gunfight, dann kommt Israel, diese scheiß Battery und schwärzt rum wie sonst was. Digga, er hat mich in diese Cluster, Digga, zum fünf oder sechs Mal schon geholt. Ist es hier ja nichts, oder? Ich check's nicht. Deswegen meine ich, wie könnt ihr auch eine Kugelweste spielen? Wieso, das bringt bei der Cluster-Nate ja nichts. Doch, doch, klar. Bringt's doch, du tankst es. Ne, 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 doch, du tankst. Also, du tankst den ersten Hit oder den zweiten Hit? Du kannst aber nicht von beiden geertet werden. Du bist dann halt einfach mega weak, aber du kannst, du kannst einen Hit tanken. Es ist selber genated, Israel, Bruder. Ich wusste, wenn ich jetzt glättern werde ich sterben, ich mach's trotzdem. Einfach, weil ich Bock drauf hab. Das lassen wir wiederkommen. Wie steht denn der Israel? Ich lasse mich aufs Gruppe los. Wirklich? Steht. Ja. Oh, oh. Der hat nicht mitbekommen. Dann müssen wir jetzt, ja, okay, wir müssen halt Hill. Ja, drei Gegner halt, ne? Ja, ich schaff's, nee, zwei, Digga, ich schaff's niemals. Einer davon ist der beste Bomb. Ah, jetzt ist er gequiltet, Israel. Jetzt reicht ihm jetzt auch langsam. Ah, jetzt ist ein Gegner, Digga. Jetzt darf ich in Hill gehen, damit das... Ne, geh da aus dem Hill raus, geh da aus dem Hill raus. Geh da aus dem Hill, ja. Das mein ich, Digga, ich hab die meisten Kills, und guck mal, wo ich auf dem Scoreboard bin, Digga. Ja, Digga, ich hab halt Dingens, Digga. Ja, 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 ich hab die meisten Kills, ich bin zweitletzt auf dem Scoreboard. Das Specialist ist halt wirklich der Punkt des Specialists. Ja, ja. Ich seh schon das Level, wenn du, das Video auf YouTube, wenn du schnell leveln willst, spielst du das. вз avait los. Bis zum nächsten Mal.